Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 6. Wir müssen jetzt nochmal in das Labor. Und das wird ganz schön übel, der Part, das weiß ich noch. Weil da diese blöden Viecher kommen und die echt nicht gerade einfach auszuschalten sind. Aber okay. Handgranate. Ideal. Verdammt. Wo ist... Wo, wo? Was kommt denn? Ach da. Ich hab mich schon gewundert. Oh, jetzt sind das drei von denen. Oh, jetzt sind wir. 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 Supi! Da war es nur noch einer! Ähm... Ja doch, komm! Sonst benutzt du die... ...ähnisch! Äh... Ah... ...la Borsche! Okay, sie... ...sehr schön! Meine Mutter kommt wieder nach Hause... ...weil der Hund wieder Rabatz... ...macht wie blöd! Und dann... Okay. Okay. Ach, hinter... ...hinter... ...hinter mir ist der... ...hat? Senin hat... Ah! Ig Aaron, ja. Ah! 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 Alter, du sagst, wie viel hältst du denn bitte aus? Okay, das war's. Das hätte ich dann ganz gerne. 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 Ja, das hätte ich dann. Das hätte ich dann. Das hätte ich dann. Das hätte ich dann. Okay, diesmal hat es drei Schüsse gedauert, aber die halten jetzt nicht so viel aus, wie ich eine Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, okay. Aber ich spiele auch auf leicht, das muss man halt wirklich dazu sagen. Anders hätte auf schwer haben die immer unheimlich viel ausgehalten. Das war's. 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 Okay, was muss ich ... ... Tschüss. Ach, ja, stimmt. Jetzt kommen die Fischer. Oh, diese Fischer. Die Fischer, gell? Diese behinderten Fischer. Die Fischer. Na gut, komm schon. Kumpel, komm her. Ja, ich warte auf dich. Ja, ja, ich weiß. Da kommen noch mehr, du. Ja, ja, ich warte auf dich. Ja, ich warte auf dich. Genug. Mehr als genug. Ja, ich warte auf dich. Okay. Sag mir bitte, dass das der letzte ist. Okay. Ich würde fast behaupten, ja. In der Tat. Boah, das ging relativ... ...tief. Also... ...das ging relativ... ...wäre das mörderisch... ...gewesen. Der hätte... ...wirklich keine Lust drauf gehabt. Ich hätte so ziemlich alles hier... ...eingesammelt, was geht. Ich denke schon. Gehe ich jetzt weiter. Ich habe... ... ... Hmm. Vielen Dank. 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 Ja, so kann ich... Vielen Dank. Vielen Dank. ... mit einem Schuss... ... 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 Oww Ah, der Händler ist das andere. Also die Spruchschutzwinte mit der Ausrüstung ist schon gar nicht mal so verkehrt. So, weiter geht's. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie... Ah. Okay. Ah. Da müssen jetzt auch irgendwann noch Jake und Sherry dazukommen. Weil die Keuschen und Fleuschen müssen ja jetzt, glaube ich, alle in China rum... 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 Oh nein! Oh nö, nicht du! Oh, das kann ich ja auf dem Tod nicht ausstehen, mein Freund. Also, das kann ich ja auch machen. Oh, das muss ich ja so gut ausstehen! Ich würde ja auch... ...wegr-rennen. Das ist so aus von wegrennen. Kettensäge. Wie elegant. Kettensäge. Total elegant. Oh mein Gott, war das knapp. Kettensäge. 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 Nein, nein, ich will nicht zu dem runter. Oh, ich will nicht zu dir. Ich möchte nicht mit dir spielen. Oh, ich weiß genau, was passiert, wenn ich da jetzt runtergehe. Ich habe nicht von allem genug. Versuchen wir es erstmal hiermit. Was für ein Chaos die ganze Welt spielt. Perfekt. Ja, genau. Das war nicht sein. Aus dem Weg. Ja, natürlich. So geht es auch. Du machst die anderen platt. Das hat jetzt irgendwie nicht so ganz funktioniert. Vielleicht wäre es cleverer, ihn einfach nur anzuheften. Also direkt an das Vieh. Vieh. Außer ich treffe natürlich nicht. Denn es ist auch problematisch. Oh, Ada! Ohne Witz, gell? Und ich treffe einfach nicht mit diesen behinderten Pfeilen. Ohne Witz, gell... Wir treten hier nicht so viel... ... Scheiß Blackwinsch-Ehe! Also, geht doch. Oh, nö. Oh, komm schon. Das ist doch echt... Echt assi, Leute. Ja. Ja, ja. Dann töte mich halt. Ah. Komm schon, ich will doch nur dieses blöde Vieh. Dann mach ich das jetzt anders. Ich mach das anders. Das... Das... Das war nicht sehr nett. Man sollte sich nichts nehmen. Was einem nicht gehört. Ja. Das... 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 und dann und 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 Also geht doch Hätte ich doch direkt Die Schroffinthe genommen Hau ab Lass mich in Ruhe Blöde Viecher Viecher Gut dann Steige ich jetzt mal wieder auf was anderes um Also Dieser Kettensägen-Typ Ist echt Der unbeliebteste bei mir Oh Oh Das war genau warum Ich bin nicht um die Herr der Welt gereist um Spielen Ich bin so Spielen Ich bin nicht um die Herr der Welt So Wo ist der denn? Oh hinter mir Verdammt So 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 Oh mein Gott, ich hätte jetzt voll verloren, gell? Oh, ich will munitionen. Oh mein Gott, 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 ich will munitionen. Und es ist nicht mehr bei mir. Es ist echt ganz schön anstrengend. Gleich da. Ich kann es kaum erwarten, meine mysteriöse Doppelgängerin zu treffen. Okay. Ne, ich werde jetzt hier einen Kratz setzen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi. 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 Tschüssi.